Minecraft aber jeder Tank ist gleich und am Ende werden wir einfach TNT anzünden Okay Leute, noch sieht alles normal aus Aber wenn ich jetzt einfach mal ein Dirt abbaue, dann wird der hier überall abgebaut Und wenn ich den hier neu platziere, zack Und ihr seht, überall ist der Dirtblock platziert worden Und ich seh schon, dahinten ist die Pyramide Aber wir holen natürlich erstmal ein bisschen Holz, Leute So, wenn wir das jetzt aber abbauen, baut sich das auch überall ab So, zack, und ich kann mal direkt mein Crafting-Termit platzieren So, wenn ich den jetzt hier platziere, ist der, ja, der ist überall Und ich kann die überall auch benutzen Und ich mach mir eben kurz Tools So, erstmal eine Picke Und ich baue mal hier ein bisschen Stein ab So, zack, volle Steintools Und zwar seht ihr einmal zack, zack Und dann wird's auch abgebaut Das kann ein bisschen gefährlich werden, Leute Wait, kann man mit einer Chest duplizieren? Warte mal, ich will mal ganz kurz Holz Wenn ich den Chest mit Items platziere, müsste ich das ja auch dupen, oder? So, zack, überall ist die Chest Und wenn ich jetzt hier Fleisch reinlege Ist das dann hier vorne dann theoretisch auch Und... Nein, das dupliziert sich nicht Aber ich geh mal kurz zur Pyramide, Leute So, einmal rein da Und hier ist so ein Crafting-Table Oh, und TNT, okay, Leute Das kann interessant werden Das heißt, wir springen jetzt die Welt weg, Leute So, einmal hier ein bisschen eine Linie machen Und dann nochmal eben in die Richtung hier Und wir haben überall TNT, Leute Machen wir einen Deal Ihr lasst ein Abo da und ich seh das TNT an Dann einmal Button platzieren Einmal ein bisschen leiser machen Und... Was passiert jetzt? Und es geht alles in die Luft, Leute Okay, ich glaub, damit ist die Welt verloren